Musik I will take this Okay I'm gonna make it at home And I'm gonna tag Thank you Thai Embassy for teaching me You're even gonna have a bigger cup Ah, Oki Cup Yeah, Oki Cup desu Why did you have it? Thank you so much Wow Good morning Hiii Wow Look at her boots She's a big friend Elephant is cute But this one is also cute This one is also cute This one is also cute Ah, there are different ones Whichever you like This one is more I like it more 10 EUR Oh, 10 EUR only? Hiiii Hiiii It's been a long time It's been a long time Are you okay? Are you okay? Are you okay? Are you okay? We are here to Helsinki We are here to Helsinki Weekend holiday from Aichi-kun Girls, they are here Up here already Okay We went to Tema We went to Tema Wow Wow Wow! Ja, das ist gut. Wahrscheinlich. Wo ist das Essen? No rice? Was bedeutet das? In Spanien, wir trinken... Wir trinken... Wir trinken wirklich? Wir trinken... Wir trinken... Wir trinken... Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Drei rice. Wow, so many... Carbon... Ja, ja. Wie sieht Marimekko aus. Arribien. Arribien. Oh, das ist der Kuchen. Oh! Wow! Das ist das Frei. Arribien. Wow, super. Das ist der Kuchen. Arribien Museum, oder? Wir gehen, da. Ja, ich weiß. 55er Bus. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ja, ja. Ja, das ist sehr... Es ist sehr... Es ist sehr... Ja. 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 Ja, ja. Sehr gut. Das ist der Ampibie... Das ist der Ampibie... Das ist der Ampibie... Wow! Das ist der Ampibie... Das ist der Ampibie... Das ist der Ampibie... Das ist der Ampibie... Und das ist der Ampibie... Es ist etwas warm. Aber im Saat hat... Es ist echt warm und fast Costa. Es ist warm. Es hier schwarzem fast, lowem suss getrennt. Es ist warm. Ja, echt? 무조 haben, das ist warm. Das ist warm. Es ist warm. Es gibt eine Art von historischen Rocken, die sich zu beschleunigen. Das ist das? Ja. Das sind die Böden aus dem Eisberg. Ich denke, dass man viele von diesen Böden sehen kann. Du wißt du, was manchon in Japan ist? Ich weiß nicht. Manchon bedeutet Apartment in Japan. Ja. Wir sehen Apartment, und dann ist manchon in Japan. Das ist die Böden. Das ist die Böden. Die Böden ist der Natschonale Day. Das ist die Natur. Ja, ja, ja. Ich denke, das ist das Zijen. Ich bin der Böden nicht so, weil ich mein Geburtstag nicht mag. Weil es immer... Böden hot. Es war der Sommer. Die Leute sind noch nicht zurückgekommen. Aber seit ich zu Finnland bin, ich mag es wirklich, weil es nicht sehr heiß ist, weil es nicht sehr heiß ist. Es hat angefangen und es ist ein bisschen normaler Zeit am Anfang des Jahres. Und es ist immer so spannend. Für mich am Anfang des Jahres ist es immer so spannend. Oh, okay. Aber in Japan, mein Geburtstag ist immer so der Rainer Season. So, wenn du auf die Käsakü-Kalender schauen, es ist immer so, wie eine Schnelle oder eine Umbrella oder Rainer oder Hydrangea oder so. So, es ist immer so. Aber wenn ich die Käsakü-Kalender öffne, es ist immer so, wie ein Käsakü-Kalender. Es ist immer so, wie ein Beach und alles. Es ist wirklich schön. Hi, Konnichiwa. Hi, Konnichiwa. Hier, Patricia. Sacki, ein bisschen kleiner Video. Sacki, ein Touristee. Ah, so. Kankoukak desu. Mite, diese Strait ist ein Jugendstil. Take this. Kankoukak desu. You want to have ice? I need something to drink. I need something to drink. Ah, so. This weather is really. Mite, Mina-san. Please come to Finland. In Summer. In Summer, yes. Hi. Hi. Orange juice. Hi. Orange juice desu. San Peregrino. Orange San Peregrino. Hi. I have no fringe. I have no fringe. I have no fringe either. I have no fringe either. So, Sacki's followers. If you are ARMY, BTS ARMY, and if you are in Helsinki, you need to come to Cafe Ursula. So, in 2018, when BTS was recording the winter package, Namjoon and Jungkook came here to have a latte. One had a latte. And I think Namjoon had a cappuccino and this like fried pastry like a donut with apple jam inside. And they were here in November 2018. This Cafe Ursula. So, if you want to have the same as they had, you can come to Cafe Ursula. Hi. Dozo. Oh, that was my little BTS ARMY segment. Nice, nice. Hi. 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 I can also tell you what they said. If you're interested. Hi. Come on. Hi. 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 We bought some pictures from that winter package. You can definitely see the tarb behind so... Okay. Hi. Cafe Ursula. Welcome. 10 seconds. 9, 8, 7... Bonnie, you're done, eh? Hi. Go, 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 go! Bunny! Ahh! Ahh! Bip! Bip!